Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Verstellung. Ich habe gerade einen sehr, sehr, sehr schönen Gruber gefunden von Amazon bei Mod-Hoster. Ich zeige ihn euch wie immer zuerst mal kurz im Shop. Das ist der Amazon Catros 6001 für 65.000 Euro. Leider nicht viel Beschreibung, nur die Gesetze ein- und Unterhaltskosten 95 Euro pro Tag. Ja, ist okay. Leider eine kleine Beschreibung nur, eigentlich fast gar nichts, schade eigentlich. Dafür sieht das Modell aber sehr schön aus, muss man sagen. Wenn man wirklich hier mal drangeht, ist jetzt jede Schraube, jede Niete, jede Schweißnaht da. Es wurde wirklich aufs Detail geachtet, was mir persönlich sehr gefällt, wenn ich ehrlich bin. Hinten haben wir eine Beleuchtung, gucken, ob die gleich funktioniert. Ähm, würde ich manchmal mal sagen, steigen wir mal ein, klappen den guten auf. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Die ganzen Zylinder und die Hydraulik funktionieren, wie sie funktionieren soll. Er ist sehr schön texturiert, finde ich persönlich. Ähm, ein bisschen matt, man sieht's hier. Nicht so knallbunt, was aussieht wie mit Paint Net geschüttet oder so. Er sieht sehr schön texturiert aus, muss ich sagen. Ähm, senken wir ihn mal ab, gucken, ob er die Animation drin hat. Hat er natürlich, gar keine Frage. Machen wir mal kurz einen Helfer rein. Ähm, sieht sehr schön aus. Die Animation der Erde quasi ist verbaut, wie im 15er standardmäßig alles da ist. Ähm, sieht eigentlich relativ geil aus. Er grobert, wie er grobern soll. Doch, es bewegt sich alles, es dreht sich alles mega schick, ehrlich gesagt. Jetzt gucken wir mal, ob die Blinker auch hinten funktionieren. Äh, ich... Ne, leider nicht, ne? Ne. Doch, ganz, ganz, ganz schwach geht's. Mal mal gucken. Ganz, ganz schwach, leider nur. Und auch das Bremsdicht geht, nur ganz schwach, leider. Ja gut, okay, kann man vielleicht das Corona nochmal verdoppeln oder ein bisschen rausziehen, dass Corona das leidt. Ähm, sollte bei sofern nicht das Problem sein. Ja, es ist im Großen und Ganzen ein schöner, kompakter Amazon-Gruber. Ähm, für größere Trecker, ehrlich fast gesagt, geeignet. Ich hab jetzt hier den 724 von Agro mitgewicht, und er hat schon ein bisschen zu kämpfen, grad beim Fahren, bei Huggeln. Ähm, also, Trecker ab 180 PS, würd ich sagen, persönlich. Ähm, so 724er und drunter, ehrlich gesagt, nichts. Ähm, ja. Download-Link wie in meiner Beschreibung. Ich sage Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ich sage Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.